Die hierzu erwerbende gut gepflegte 4,5 Zimmer Wohnung befindet sich im Kreis Bergstraße. Das Objekt wurde 1965 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 91 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 75.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.